Die digitale Sprechstunde vom Hamburger Abendblatt und Asklepios mit Vanessa Seifert. Seit dem 1. April dürfen Erwachsene, also Menschen ab 18 in Deutschland legal Cannabis konsumieren und auch in bestimmten Mengen besitzen. Hat dieses Kiffen ist erlaubt, ist legal unsere Gesellschaft schon ein bisschen verändert? Wie viele Joints sind okay? Wann wird es zu viel? Wann muss man sich als Eltern vielleicht sorgen? Und was ist mit Lachgas und anderen Modedrogen, die gerade unsere Schulhöfe erobern? Darüber wollen wir sprechen und auch über Zocken und Internetsucht. Sie sehen also, liebe Hörerinnen und Hörer, Gesprächsstoff, kleines Wortspiel, gibt es genug zu diesem Thema. Und ich freue mich sehr, dass der renommierteste Suchtmediziner der Stadt heute, hier ist Dr. Peter Strate, ist bei mir. Er ist Chefarzt der Klinik für Abhängigkeitserkrankungen an der Asklepios Klinik Nord Ochsenzoll. Herzlich willkommen. Guten Morgen, Frau Seifert. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass Sie wieder da sind. Vor fünf Jahren, darf man sagen, waren Sie schon einmal da. Eine der ersten Folgen der digitalen Sprechstunde, da ging es um Alkoholsucht. Und jetzt machen wir so ein kleines Potpourri an Drogen. Ja, super. Ja, sehr gerne. Wir mischen was selbst zusammen. Haben Sie selbst schon mal gekifft, Herr Dr. Strate? Ja, diese Frage, die kriege ich dann öfter mal zu hören. Also wie Bill Clinton vielleicht, dass ich meinen Mund genommen habe. Ich habe auch daran gezogen und ich habe auch meine Wirkung verspürt. Aber ich habe es auch wieder vergessen. Also insofern ist es keine Sache, die mich lange bewegt hat. Ja. Wie stehen Sie denn aus beruflicher Sicht zu diesem neuen Gesetz, zu dieser Legalisierung? Naja, grundsätzlich finde ich es nicht schlecht, dass es Möglichkeiten gibt, zu entkriminalisieren und vielleicht auch eine Möglichkeit zu haben, eine bessere Forschung zu betreiben. Auch eine anwenderfreundliche Forschung, dass man sieht, wie kann man Schaden möglichst minimieren. Es ist ja ohne Frage, dass ich als Psychiater mehr mit den Krankheitsfällen zu tun habe, immer dann, wenn es schief geht. Man muss diese Thematik sehr differenziert betrachten. Leider Gottes haben wir in Hamburg und in Deutschland oft Positionen, die entweder oder beinhalten und nicht in sowohl als auch. Und ich finde, da wird es dann manchmal ein bisschen schwierig. Aber grundsätzlich, je mehr ich mich mit der Thematik beschäftige, muss ich sagen, desto komplizierter wird es für mich. Ja, das ist ja oft so. Und ich habe da keine eindeutige Meinung. Das wird mir manchmal dann negativ ausgelegt. Aber grundsätzlich muss ich sagen, da gebe ich den Befürwortern recht, also die eine strengere Strafe und eine kritische Betrachtung haben. Je jünger der Konsument, desto kritischer. Also es gehört ehrlich nicht in die Hände von Kindern und Jugendlichen. Aber das ist leicht gesagt, weil wenn man jugendlich ist, dann interessieren einen Worte von Erwachsenen begrenzt. Und meine Worte als sogenannter Suchtexperte ja auch nur sehr begrenzt. Also die Menschen, die auf Verbote reagieren, sind für die ist es gut. Also die ist es möglicherweise. Es gibt so, glaube ich, so 50 Prozent aller Menschen. Jedenfalls habe ich mir die Schulbuchstudie angeschaut. Das ist eine Studie an jungen Menschen, 14 bis 17 Jahre alt, wo man geguckt hat, wie konsumieren die denn so Alkohol und Drogen und Zigaretten und eben auch Cannabis. Und es gibt genug, die reagieren aufs Verbot und das ist auch gut so. Aber es gibt die anderen, die genau das Gegenteil machen, sagen, oh, ist verboten, das muss ich mal ausprobieren. Und dann muss man sagen, die Thematik, die uns heute hier bewegt, interessiert einen Großteil der Jugendlichen nicht. Das ist schon mal ganz erleichternd. Also 88 Prozent von dieser Schulbuchstudie der Jugendlichen haben einfach kein Interesse an den Drogen. Okay, also die probieren das auch gar nicht aus? Nein. Nein. Das ist auch so. 88 Prozent? 88 Prozent sagen erstmal, dass sie kein Interesse haben. Ob sie es denn mal ausprobieren oder nicht, sei mal dahingestellt. Die Zahlen sind dann vielleicht ein bisschen anders. Aber man muss auch da differenzieren zwischen Probierkonsum und die allermeisten Menschen, die sich so quasi erstmalig intoxizieren, also vergiften, die mögen das nicht. Es ist ja nicht so, dass wenn man das einmal macht, sofort denkt, oh, das muss ich sofort wieder machen. Erinnern sich an die ersten schwarzen Kaffee oder das erste Stück Zartbitterschokolade oder eben die ersten Noxen, also das erste Glas Alkohol. Das hat halt nicht geschmeckt. Also wenn man noch gesund ist, dann merkt man die Intoxikation. Aber wird das dann immer früher, immer früher ausprobiert? Stimmt das? Das ist ein Trend? Nein, das kann man so nicht sagen. Also die Jugend, also die Jugend, das klingt ja schon, als ob ich so schrecklich alt bin, bin ich auch. Aber davon abgesehen, also die jungen Leute, also die jetzt da so anfangen mit dieser Thematik, die werden nicht immer jünger. Natürlich gibt es erst Konsumenten, die sehr jung sind, aber die haben häufig auch schon andere Sorgen und Nöte. Also wenn es ihnen so halbwegs gut geht als Mensch, dann gibt es auch keinen Grund, sich zu vergiften. Und dass jetzt die Neugierde so stark ist, dass man sozusagen über die Neugierde in so einen hedonistischen, also freudvollen Konsum reinrutscht, eher die Ausnahme. Stellt man sich so vor, aber eher nicht. Also meistens hat man Sorgen, Nöte, Ängste, Probleme, Unzulänglichkeiten, was auch normal ist. Aber solche Gefühle sind doch eher, wenn man denkt, jetzt nehme ich doch mal irgendwas zu mir. Ich muss nichts machen, ich nehme da was zu mir und ich bilde mir ein, mir geht es besser. Und das ist vielleicht so die Verführung und da wäre es natürlich gut, wenn man da an dem Punkt guckt, was können wir tun, auch als Gesellschaft, damit möglichst wenig Menschen quasi in dieses Dilemma geraten. Gleichwohl gehört es natürlich auch zum Erwachsenwerden dazu, dass man mal seine Sorgen und Nöte hat und die vielleicht nicht gerade mit Rausdrohungen löst, sondern vielleicht mit Gesprächen im ersten Schritt. Aber dafür müssen auch Gesprächspartner da sein. Das stimmt. Ich habe im ersten Blatt allerdings gelesen von einigen Kollegen, die sagten, sie hätten es begrüßt, wenn es diese Freigabe erst ab 21 gegeben hätte. Also weil das Gehirn dann noch ausgereifter ist? Bestimmt. Das ist richtig. Also neurobiologisch macht das Sinn. Das wissen wir ja, dass das Gehirn, also was heißt wissen wir, früher haben wir gedacht, ab einem gewissen Alter ändert sich im Gehirn nichts mehr. Zum Glück ist es anders. Man merkt es nicht immer. Der Verfall kommt früher oder später, aber sozusagen was Neues kommt auch dazu, wenn man das Gehirn benutzt, dann entpasst es sich auch an. Und natürlich, also was man in der Jugend lernt, das geht schnell und nachhaltig und das Gehirn macht halt keinen Unterschied, ob das sinnvoll ist oder zerstörerisch, was sie da lernen. Also was sie da machen, das können sie dann auch. Also wie sie Fahrradfahren lernen, so können sie auch lernen, Rauschtrogen zu sich zu nehmen. Problem ist nur, dass das Verlernen viel, viel schwieriger ist. Also sie merken sich auch das Ganze, wir nennen das Dysfunktionale oder eben Schädliche, das lernen sie genauso gut. Und an dem Punkt ist natürlich Erziehung und Gesellschaft gefragt, dass junge Menschen, die gerade so richtig lustvoll loslegen mit dem Lernen, idealerweise das lernen, was ihnen als Person gut tut, als der Gesellschaft auch gut tut. Und das Egoistische ist einem im ersten Schritt vielleicht ein bisschen näher als das Gemeinwohl. Wenn man älter wird, dann ist es mit dem Gemeinwohl wichtiger. Aber nichtsdestotrotz, also Rauschtrogen in der Jugend idealerweise nicht, aber ich sage bewusst idealerweise, weil sie gucken sich in der Werbung um, was sie stehen, nicht sehen. Also sie haben auch, wenn sie zum Discounter gehen, irgendwas zu essen kaufen, in der Quengelecke, überall stehen halt Schnaps und Zigaretten, damit mit Geld verdient. Und das sind die Hauptdrogen in unserer Gesellschaft, auch für die jungen Leute. Aber auch da ist die Jugend mittlerweile, die Jugend ist da vorbildlicher. Also im Vergleich zu den Generationen davor wird auch deutlich weniger Alkohol getrunken und Zigaretten geraucht. Wenn man mal die Jugend älter werden lässt, so Anfang 20 oder Mitte 20, dann relativiert sich das wieder. Da wird wieder ein bisschen mehr geraucht, ein bisschen mehr Alkohol getrunken. Also so eine bisschen wellenförmige Bewegung. Naja, also ich glaube, die Firmen, die die Produkte verkaufen, sind auch sehr geschickt und haben auch viel Geld für Marketing über. Und das heißt, dann werden vielleicht nicht mehr nur Tabakprodukte beworben, jetzt auch weniger, aber dann werden die Devices, also die Alternativen, elektronische Geräte werden beworben. Irgendwie versucht man ja schon, das Geld zu verdienen. Und mit dem Alkohol ist es ja ähnlich. Also in Hamburg ist es ja auch leicht, dass man irgendwo was zu trinken bekommt. Also auch mit Alkohol, also ohne geht natürlich auch gut, zum Glück, aber mit geht halt auch. Und das ist vielleicht ein bisschen zu viel. Also wenn man mal sagen würde, das wäre jetzt vielleicht ein bisschen abgegrenzter, wenn Sie sich mal die Schweiz anschauen. Da gibt es die Migros, also ein großer Discounter, der verkauft keine Alkoholprodukte. Die haben sich jetzt so eine andere Kette dazu besorgt, wo es den Alkohol gibt. Aber gleichzeitig gibt es Supermärkte, wo es halt keinen Alkohol gibt. Also restriktiver, also deutlich restriktiver. Supergut und in Skandinavien ist das auch noch restriktiver. Und es heißt ja nicht, dass es verboten ist, aber dass es vielleicht der Zugang vielleicht leichter ist. Doch, der Zugang erschwert ist. Genau, und mir geht es ja genauso. Wenn ich Süßigkeiten im Schrank habe, dann esse ich die. Ja, richtig. Und dann kennen mich meine Kinder. Nach dem Essen renne ich dann immer zum Schrank und gucke, ob was drin ist. Und jetzt haben wir gerade relativ wenig drin. Aber ich renne trotzdem hin. Ich kenne das auch. Kauf das nicht mehr. Dann wenn es nicht da ist, dann wird es auch nicht gegessen. Das kann man auch neurobiologisch erklären. Also wir Menschen, wir haben auch sowas Aufsuchendes. Wir suchen uns dann und gucken immer nochmal nach. Und ich weiß das, aber es hilft mir nichts. Ich renne trotzdem mehrfach abends an die Schublade und ärgere mich dann. Und suche dann nach, oder frage, ist nicht noch irgendwo was so. Und das ist, wenn das schon bei der Schokolade und so ist, dann ist das mit anderen Sachen auch so. Das sind so die Verhaltensformatierungen. Man hat ein Verhalten ausgeprägt. Nach dem Essen gibt es halt was. Bei mir gibt es irgendwie was Süßes. Und wenn ich das nicht habe, bin ich unzufrieden. Und wenn das bei solchen Sachen ist, ich kenne das gut, dann ist das mit anderen Substanz natürlich genauso. Wenn ich noch stärker. Und wenn ich jetzt aber feststelle, mein Kind, jugendlicher Sohn, Tochter kifft, wann merke ich denn, es ist zu viel. Ich muss da einschreiten. Es gibt einen Anlass zur Sorge. Naja, also idealerweise kommt es natürlich im ersten Schritt nicht dazu. Sag ich wieder idealerweise, aber idealerweise würden sie schon im Gespräch vorher sein. Also das Gespräch ist, glaube ich, das Entscheidende. Also dass sie mit ihrem Kind vorher, bevor es denn losgeht, sich mit der Thematik auseinandersetzen. Ab welchem Alter empfehlen Sie das, erfahrungsgemäß? Naja, also ich meine, man bespricht ja mit den Kindern auch da wieder, was in den Medien gerade publik ist. Und wenn jetzt gerade an Cannabis-Legalisierung diskutiert wird, dann können sie ja durchaus auch ihre eigene Position dazu dem Kind gegenüber äußern. Oder sie fragen mal, ob der schon mal das Gerochen hat auf der Straße. Oder damit schon mal in Berührung gekommen ist. Ob es im Schulpark irgendwo, ob es da was gibt oder so. Oder ob es schon mal gesehen hat. Also man sieht es ja. Kinder rennen ja mit offenen Augen durch die Gegend. Also Kinder sehen von einem selber ja ganz viel. Also da kann man sich auch nicht verstecken. Man denkt immer, man kann sich verstecken, aber im Grunde genommen sehen sie doch viel mehr, als man so denkt. Und so sehen sie natürlich auch, dass Leute komisch sind, wenn sie dann intoxiziert in der Ecke liegen. Das heißt, mit Alkohol oder sonst wie sich komisch benehmen. Weil man braucht ja eine gewisse Form an Abhängigkeit, dass man die Drogenwirkung nicht mehr, also die Person, die die Drogen nimmt, braucht eine gewisse Form an Abhängigkeit, damit man sie nicht mehr ansieht. Und das lernen, üben wir Erwachsenen ja auch, dass wir irgendwie gewisse Sachen, die wir meinen, den anderen nicht zumuten zu können, heimlich machen. Und diese Verhaltensweisen gucken die Kinder natürlich auch ab. Und gleichzeitig, eben, wir können ja nicht immer nur das machen, was erlaubt ist. Natürlich gibt es manche Menschen, die leben so, die bewundere ich auch. Aber ich für meinen Teil denke, naja, also es gibt die gesellschaftliche Konvention. Und dann versucht man, dem möglichst gerecht zu werden. Aber manche Sachen sind dann vielleicht auch mal ein bisschen heimlicher. Ja, also sei es nur, dass man die Süßigkeiten dann isst, wenn die Kinder im Bett sind oder so. Da fängt es ja schon an mit den Heimlichkeiten. Und so ist es vielleicht auch mit dem Alkohol. Wenn sie ihn dann trinken, dann macht es ja schon Sinn, nicht die ganze Zeit vor den Kindern ihn zu trinken. Und idealerweise sind sie vor den Kindern auch nüchtern. Also das, was sie machen, das machen die Kinder häufig dann auch. Und wenn sie mit Alkohol und Drogen nichts am Hute haben, weil sie das nicht interessiert, dann ist das auch hochwahrscheinlich, dass ihre Kinder sich ähnlich verhalten. Gleichwohl, in unserer Gesellschaft wird ja relativ viel Alkohol getrunken. Und wenn sie jeden Abend zum Essen Wein trinken, warum sollte das Kind nicht auf den Gedanken kommen, das auch auszuprobieren? Stimmt, ja, also da ist man natürlich schon Vorbild logischerweise in der Art. Ja, also nicht nur sie, aber auch Peergroup und die Gesellschaft. Auch natürlich und das gesamte Umfeld, genau. Aber wenn das Kind jetzt eben doch mit Cannabis in Berührung gekommen ist, man sieht schon das Gefühl hat, okay, die kiffen da in der Clique und der macht da mit oder die macht da mit. Und klar, man hat vielleicht vorher gesprochen, spricht dann hoffentlich auch in der Situation. Aber wann ist so ein Punkt, wo man denkt, hm. Naja, der Punkt wäre für mich jetzt schon beim ersten Mal. Also bitte nicht die Position, ach, du hörst schon von alleine wieder auf. Probier das mal aus. Nee, also lieber nicht. Also klar, manche Sachen, da muss jeder sein Hemd selber zerreißen. Also sprich, da sind sie als Elternteil auch außen vor. Aber wenn sie jetzt von kleinen Kindern ausgehen und klein meine ich jetzt so zwischen 12 und 15 vielleicht. Das ist jetzt übertragen klein, natürlich ist das nicht korrekt formuliert. Aber da würde ich sagen, also da gehört es nicht hin. Und da können sie ihre Angst und ihre Beunruhigung bitte ehrlich zum Ausdruck bringen. Vorher das Gespräch suchen, wenn sie es dann sehen, direkt ansprechen. Und sie sehen es halt, wenn das Kind sich auffällig verhält im Sinne von rote Augen. Keine Ahnung, steht morgens nicht mehr auf, geht nicht mehr in die Schule. Schulnoten werden schlechter. Also ist platt in der Ecke. Also das ist nicht gut. Das ist ja schon mehr als ein Warnsignal. Naja, dann wird halt konsumiert. Und das ist halt auch wie eine Grippe. Also wenn das Kind erkältet ist, geht es halt auch nicht zur Schule. Und man ist halt nicht in der Motivation sozusagen angetrieben, was Neues zu machen. Wenn man einmal so quasi die subjektiven Vorzüge vom Rausch, vom Cannabisrausch entdeckt zum Beispiel. Also ist ja keine Substanz, die einen jetzt besonders motiviert, die unliebsamen Sachen zu machen, die wir so machen müssen tagtäglich. Also es stimuliert eher die Entspannung und vielleicht das passive Wahrnehmen. Und das wird vielleicht auch intensiver. Und mag ganz angenehm sein. Aber letztendlich, es ist eine Vergiftung. Und eine Vergiftung, das merken sie dann in dem Moment, wo ihre eigenen Kinder sich vergiften, das ist wie eine Krankheit. Sie wollen nicht, dass die Kinder krank sind. Und sie wollen auch nicht, dass die Kinder vergiftet sind. Und deswegen wäre ich da schnell dabei, auch die Sorge und Angst zum Ausdruck zu bringen. Und ich sage dann, heb dir doch was auf, wenn du erwachsen bist. Also ich meine, wofür lohnt es sich, erwachsen zu werden, wenn man schon alles hat, wenn man jung ist. Also manche Sachen, manche Erfahrungen macht man besser. Später, weil wir wissen das, also auch aus der Forschung, dass das Risiko der Cannabisabhängigkeit mit zunehmendem Alter des Erstkonsums abnimmt. Also wenn ich jetzt meine, ich müsste jetzt plötzlich Cannabis rauchen, dann ist bei mir das Risiko vielleicht so bei 10% plus minus, dass ich dann Abhängigkeit entwickle beim Kind. Aber wenn ich mit 12 parmiere? Da sieht es anders aus. Da ist es hoch, da ist das wie beim Tabak. Und dann haben sie sehr schnell extrem hohes Risiko der Abhängigkeit. Und nicht nur der Abhängigkeit, sondern eben auch andere seelische Erkrankungen, die daraus erwachsen können. Ja und auch das als Einstiegsdroge zu nutzen, ist ja auch immer ein Thema. Ja, also Einstiegsdroge ist so ein Begriff, also das wäre wahrscheinlich eher die Zigarette oder wenn man den Begriff nutzen möchte oder Alkohol. Das sind Einstiegsdrogen, weil da lernen sie sich zu vergiften, das gut zu finden. Also muss man das nüchtern betrachten. Also es gibt keinen Sinn, wirklich, also weder aus Genuss noch aus Vernunftsgründen Alkohol zu trinken. Weil wenn sie jetzt den Alkohol rausnehmen, dann schmeckt das auch schon wieder ganz anders. Also es ist letztendlich aber auch nur in geringen Mengen der Geschmack, ab gewissen Mengen kommt schon die Alkoholwirkung, die uns dann als Lecker vorkommt oder Geschmacksträger, wie auch immer. Also idealerweise später anfangen und Einstiegsdroge vielleicht für die illegalen Drogen, weil es verboten ist. Und das ist natürlich ein Vorteil der sogenannten Legalisierung oder Teillegalisierung oder Entkriminalisierung, dass sie da sozusagen, das ist ja die Hoffnung, dass der Konsum nicht über Dealer funktioniert. Also der erwerbt nicht über Dealer und damit, Dealer handeln ja nicht ausschließlich nur mit Cannabisprodukten. Also die haben ja dann auch andere Sachen im Angebot, die dann vielleicht vom Risiko noch höher sind. Und wenn das verboten ist, dann kann man ja alles mögliche beimengen und das ist ja häufig das Problem, dass da so verunreinigte Produkte auf den Markt kommen, die dann ihre eigene entweder toxische oder berauschende Wirkung haben. Und das möchte man natürlich verhindern, wenn man die Substanz jetzt so anbaut, dass allein das Gift, also das Gift Tetrahydrocannabinol, also der Wirkstoff von Cannabis drin ist, der jetzt erwünscht ist für den Rausch. Und dann kann man natürlich, da geht man ins Detail, kann man gucken, wie viel von dieser Noxe, von diesem Gift ist im Cannabis drin, wie viel braucht man für einen möglichst harmlosen Rausch, also möglichst wenig schädlichen Rausch, weil wir wissen, je höher der Anteil von diesem Wirkstoff, der die bunten Bilder macht, je höher dieser Anteil ist, desto höher das Risiko für psychotische Erkrankungen, also dass man da verrückt wird von dem Zeugs, im Sinne von möglicherweise sich beeinflusst erlebt, misstrauisch wird und sich einen sozialen Rückzug entwickelt, bis hin, dass man Dinge wahrnimmt, die nicht da sind, also sehr unangenehm und das will man nicht. Aber man will es vielleicht, wenn man ein bisschen verrückt ist, inführungsstrichen, im Rausch haben, diese Wahrnehmung, weil das vielleicht mit einem guten Gefühl verknüpft ist. Aber in dem Moment, wo das bleibt und man ist nüchtern, fürchterlich. Also sie wollen nicht diese Realitätsveränderung haben, wenn sie nüchtern sind. Also das Leben ist schon nüchtern kompliziert genug, sagen wir mal. Also da habe ich schon genug Probleme, meinen Alltag zu organisieren. Warum muss ich mir dann noch irgendwie das Leben schwer machen? Aber das klingt jetzt auch wieder ganz vernünftig. Die Realität ist halt eine andere. Die Realität ist die, dass wir Menschen ja manchmal auch das Lustige mögen und wir mögen ja auch die schnellen Wege. Also wir mögen ja nicht immer das Vollkornbrot so lange zu kauen, bis es dann süß wird. Nee, nee, sondern man will ja vielleicht auch mal ein Croissant essen. Genau. Und das ist es. Das ist es, diese Verkürzung. Da hat dann irgendwie, hat dann der Bäcker die Arbeit gemacht, nämlich das Korn so aufzubrechen, dass es relativ schnell süß schmeckt. Und da wird noch ein bisschen Zucker reingetan, Geschmacksverstärker und, und, und. Und so ist es mit dem Rauschdrogen auch. Die verstärken letztendlich das normale Empfinden, je nachdem was sie da einnehmen, positiv. Und gleichzeitig gibt es, und das ist so ein Fachbegriff, so supraphysiologische Wahrnehmung. Also im Sinne von, dadurch, dass sie die Substanz zu sich nehmen, haben sie so eine Veränderung im Gehirn, das kann die Natur nicht zustande bringen. Also da haben wir das Übernatürliche oder Supraphysiologische. Und dann nehmen sie plötzlich Sachen extrem angenehm oder extrem lustig oder extrem sonst wie wahr. Und das wollen sie dann wiederhaben. Genau. Weil in dem Moment, wo was super ist, dann denkst du, oh, das ist ein Überlebensvorteil. Ich fühle mich super. Ich habe jetzt gegenüber allen anderen einen Vorteil. Und ich brauche noch nicht mal was dafür tun. Ich muss nicht die Hausaufgaben machen. Ich muss nicht meine Steuererklärung machen. Ich muss nur was einschmeißen. Und das ist sehr menschlich und sehr gefährlich. Natürlich. Und weil das beides so ist. Aber wenn man dann als Eltern sagt, okay, man geht ins Gespräch, aber kommt vielleicht nicht weiter dann. Was ist dann der nächste Schritt der Hilfe, zu Ihnen zu kommen? Naja, also das kann man immer machen. Man kann bei mir anrufen oder in meinem Sekretariat. Aber man kann auch Sucht- und Drogenberatungsstellen aufsuchen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Gibt es auch viele in Hamburg, gute. Da hat Hamburg super viel im Angebot. Man kann aber vielleicht auch erstmal mit einer Vertrauensperson sprechen. Also wenn das Kind jetzt eine andere Vertrauensperson als man selber ist, hat, dann wäre es gut, die zu nutzen. Du sagst vielleicht, manchmal ist es der Partneronkel oder der Volleyballtrainer oder sonst wer. Der Nachbar oder so oder ein Junge im gleichen Haus, der eine Nummer größer ist, der vielleicht auch eine Respektperson ist. Gibt es ja viele Personen, die man dann nutzen kann. Ja, das stimmt. Also Gespräch ist super, aber am besten man fängt lange an, bevor das Gespräch notwendig diesbezüglich wird. Ja, das ist ein guter Tipp. Nee, weil da sind die Isländer, finde ich, ein gutes Beispiel. Also die hatten ja vor, glaube ich, in den 90er Jahren ein ziemliches Problem mit Alkohol und Drogen. Die Hälfte der Jugendlichen haben da relativ regelmäßig konsumiert oder haben konsumiert. Und jetzt sind die Zahlen sehr gering, weil die haben einiges geändert. Das finde ich super. Nämlich, die haben es geschafft, dass einerseits mehr reglementiert wird. Also Tabak- und Alkoholverbot bis hoher Alter. Also Alkohol ab 20, Tabak ab 18. Das ist eine Hausnummer, wenn man sich überlegt, wann man in Deutschland anfangen kann mit dem Alkoholtrinken. Mit 16, ne? Eben, geht deutlich eher und gleichzeitig haben sie dafür gesorgt, dass die Eltern mehr in Kontakt mit ihren Kindern sind. Also so ein Pakt im Grunde genommen, dass die Eltern auch über die Lehrer, über die Schule in die Pflicht genommen werden, Zeit mit den Kindern zu verbringen. Und wenn es dann im Winter 22 Uhr ist, dann muss man bis 16 zu Hause sein und das wird dann auch kontrolliert. Und dann gibt es so Familienstreifen, die laufen dann rum und gucken, dass die Kinder zu Hause sind. Mehr Zeit mit den Eltern, mehr Quality Time, mehr Quantity Time. Also nicht nur Quality, sondern auch Zeit insamt. Also mehr Beziehung, mehr Tun miteinander. Und die haben das, und jetzt kommen wir zu dem Punkt mit den nichtstoffgebundenen Süchten. Die haben also geguckt, dass das ein bisschen kanalisiert wird dahingehend, dass der E-Sport, also dieser Computersport. Ich frage, das wäre noch ein anderes Thema, dass das dann gezockt wird. Also das hat einen ziemlich hohen Stellenwert, also auch organisiert, aber nicht einfach nur aufs Handy schauen oder dieser passive Konsum. Und das ist glaube ich ein Problem, alles was mit dem ausschließlich passiven Konsum einhergeht, das ist nicht so günstig. Also wo sie aktiv gefordert sind, aktiv strukturieren müssen, das macht ja auch Spaß. Und idealerweise in der Gruppe. Also Computerspiele sind per se gar nicht nur schlecht. Ich glaube, es wird immer dann ein Problem, wenn irgendwas so viel Spaß macht, dass man es auch schließlich macht. Und das ist natürlich, wenn es jetzt um Arbeit geht oder wenn es darum geht, Hausaufgaben zu machen, dann sehen wir Eltern das natürlich gerne. Wenn ein Kind so engagiert, ein Partialinteresse hat. Aber wenn das jetzt in so eine dysfunktionale Richtung geht und da versuchen natürlich auch die Anbieter von Computerspielen einen da abzuholen, wo es juckt. Also da wird auch Geld mit verdient. Naja klar, das ist ein Wirtschaftszweig. Richtig. Und das ist immer schwierig, wenn die Gewinne woanders, was heißt schwierig, also es ist ja so, dass die Gewinne woanders verortet werden, als da, wo die Ausgaben sind. Ausgaben aufs Gemeinwohl, die Einnahmen bei bestimmten Firmen. Aber politisch will ich nicht sein. Und da auch wieder zeitlich limitieren, wenn man sagt, ihr zockt, aber ihr habt eine bestimmte Zeit, in der ihr das dürft. Oder auch zu sagen, gemeinsam ist gar nicht so schlecht, weil das ja dann kein sozialer Rückzug ist, sondern die das in der Gemeinschaft tun. Dann kann das auch nicht nur schlimm sein. Richtig. Richtig. Und noch besser wäre natürlich, dass es gute Alternativen gibt. Also nicht nur verbieten. Also verbieten, klar kann man immer sagen, ist natürlich auch leicht gemacht. Genau. Wird selten eingehalten. Aber wenn es eingehalten wird, ist gut. Aber es muss Alternativen geben. Und zwar welche, die nicht eine Bestrafung sind, sondern die auch Spaß machen. Aber was kann das sein? Naja, also das kann sein, idealerweise kann es sein, dass sie in der Familie so eine gute Atmosphäre haben, dass man auch gerne Zeit miteinander verbringt. Also das wäre ja schon mal gut. Also wenn man sagt, lies mal ein Buch, dann gucken einen die toten Augen von der Salon an. Also klar, aber dann liegt es ja vielleicht auch an Ihnen, dass er auch spannende Bücher zur Verfügung stellt. Weil es gibt ja auch lustige Bücher. Ja, natürlich. Und dann muss Neugierde geweckt sein. Und natürlich, wenn Sie selber nicht lesen, dann wird das Kind auch nicht lesen. Wenn Sie selber ständig vor den Büchern hängen, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass das Kind auch liest. Also das wird ja alles so ein bisschen, also so. Und wenn Sie selber ein geselliger Mensch sind, der gern was unternimmt, dann wird Ihr Kind vermutlich auch so sein. Und wenn Sie eher eine Couch-Potato sind und vor der Glotze hängen oder vor dem Handy, ja dann können Sie es dem Kind auch nicht vorwerfen, dass es auch so macht. Also immer wieder beim Thema Vorbild vorliegen. Richtig, richtig. Und wenn Sie selber von Nöten zerfressen sind, wo Sie nicht wissen, wo das Geld herkommt oder wo Sie die Freizeit haben, wo Sie Urlaub hinfahren können, also weil Sie das nicht organisiert bekommen, dann ist es natürlich auch schwer, dem Kind was anderes zu bieten. Und da sind die in Skandinavien an dem Punkt so, dass die einkommensschwächeren Familien also so einen Gutschein bekommen. Also glaube ich, es sind um die 360 Euro pro Jahr pro Kind. Und die haben sehr viele Angebote auch, also was so Sport und soziale Sachen, Theatergruppen und, 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 also da gibt es auch eine Menge. Und ich glaube, es ist auch ein bisschen so eine Haltungsfrage. Ich habe ja mal in der Schweiz gelebt ein paar Jahre und da war das, also ich habe das Gefühl, da achten auch die Leute mehr so aufeinander, dass der Grillplatz aufgeräumt ist und dass das Holz von der Gemeinde denn auch da ist. Also das Gemeinwohl steht da hoch im Kurs und sei es nur, dass die Kinder zu den Pfadfindern gehen und so. Und ich glaube, das wird uns auch gut stehen hier in Hamburg. Also je mehr Miteinander, je mehr Gemeinwohl, freiwillige Tätigkeit, also wo man auch Spaß hat, andere Leute kennenzulernen, die draußen rumrennen. Ja, Sportvereine, ich meine, wir versuchen es ja auch, Active City und so weiter, das ist auch sehr aktiv in Hamburg. Ja, gute Sache, gute Sache. Und zwar weniger als, du musst das jetzt machen, sondern als vielmehr, guck, schau mal, das geht hier und das geht. Angebote erstmal, ne? Sie machen es selber auch und je neugieriger sie selber quasi der Welt und der Außenwelt gegenüberstehen und Sachen machen, desto leichter ist es dann auch für die Kinder. Und dann auf der anderen Seite, ja klar, es gibt verschiedene Erziehungsmodelle, also man könnte das mit Bestrafung machen, das ist ja grundsätzlich auch nicht verkehrt. Wenn sie noch irgendwas haben, mit dem sie bestrafen können, nutzen sie das, können sie machen. Aber sie können natürlich auch gucken, dass sie die Kirche im Dorf lassen. Auf der anderen Seite, naja gut, also Probiererfahrung, Probierkonsum, wenn das Kind damit noch zu ihnen kommt und wenn es da noch einen Austausch übergibt. Dann ist ja noch nicht alles verloren wahrscheinlich, wenn das Kind noch kommt und sagt, ich hab das probiert. Vertrauen, Vertrauensebene ist wichtig. Müssen natürlich auch, hätten sie vorher schon erarbeiten müssen, kann man nicht daran anfangen. Aber es ist ja nicht so, dass es ja nur das Kiffen ist. Es kann ja auch sein, dass das Kind mal irgendwie einen Ladendiebstahl begeht oder dass es mal bei Rot über der Ampel rennt oder, keine Ahnung, mit dem Fahrrad ein anderes Kind umfährt. Also es gibt ja so viele Sachen, wo man mal so aneckt und dann ist ja die Frage, welchen Spielraum haben sie dann zu reagieren. Also im Sinne von, dass es eben auch Fehlbarkeiten, auch Fehlentscheidungen oder Fehlsachen manchmal auch zum Leben dazugehören. Man kann es ja nicht immer nur richtig machen. Also ich jedenfalls kann von mir nicht sagen, dass ich es bisher immer nur richtig gemacht habe. Das ist ja manchmal so ein Trial and Error oder so ein Learning by Losing oder so. Ein Learning by Losing ist auch schön, aber es ist natürlich auch ein gutes Vorbild, wenn man auch sagt, man macht ja selber auch nicht alles richtig. Das ist ja sonst auch so ein Druck. Genau und ich glaube, das ist ja auch ganz oft so, dass wenn sie mal gewinnen wollen, dass sie erst mal verlieren lernen müssen. Also an dem Punkt kommen wir ja auch zu kurz. Also eine Verlierkultur, da können wir auch ein bisschen auch in der Gesellschaft ein bisschen dran üben. Also wie gehen wir denn mit Leuten um, die verlieren? Also kann der Zweite immer noch ein Sieger sein oder ist der Wettkampf an sich schon die tolle Sache und das Ergebnis nicht so wichtig? Also das finde ich jetzt gerade auch immer wieder dieses Fußballthema ganz lustig. Also wie schnell geht es dann wieder darum, der Beste und der Erste und so zu sein? Ich meine, da spielen so viele Leute mit und alle haben ihre guten Teams und so ist es wahrscheinlich mit vielen Dingen im Leben. Das zusammen machen, das ist wichtig und verlieren ist wie Gewinn nur andersrum. Also man muss beides können. Aber Gewinn ist das schönere Gefühl. Das ist richtig. Ist das rauschartiger. Aber, haben Sie recht, aber schauen Sie mal, wie viele Europameister werden können von den ganzen Mannschaften. Ja, einer würde ich vermuten. Und all die anderen, all die anderen sollten doch bitte schön nicht nur belemmert aus der Wäsche schauen, sondern durchaus auch ihren Spaß haben. Ja, aber wenn man Modric sieht jetzt, der guckte belemmert natürlich. Ja, aber der hat natürlich auch ein super Tor geschossen, muss man sagen. Also er muss das Positive sehen. Vielleicht nochmal, wenn wir bei den Kindern sind, vielleicht nochmal, wir haben nämlich auch drüber berichtet im Hamburger Abendblatt über das Thema Lachgas. Ist das, begegnet Ihnen das auch schon, ist das eine Modedroge auf den Schulhöfen? Also bei uns in der Klinik nicht, aber klar, wenn man auf den Kiez geht, dann sieht man dann diese großen schwarzen Luftballone, die dann aufgeblasen werden. Auf den Schulhöfen gibt es das auch. Lachgas, das gab es glaube ich schon 1870 oder so, da war es irgendwie die Droge der britischen Oberschicht. Und dann haben die Zahnärzte das mal entdeckt, weil das irgendwie eine Schmerzfreiheit macht. Und die Gynäkologen ja auch im Kreißsaal. Gynäkologen auch, so und heute gibt es am Kiosk an der Ecke und da gehört es nicht hin. Es ist zwar nicht verboten, aber es gibt Länder, glaube ich Niederlande, die haben das schon verboten und ist natürlich Quatsch. Also auch da, also wie das wirkt, weiß man nicht so genau, aber man verdrängt wahrscheinlich ein bisschen den Sauerstoff und hat so eine Sauerstoffmangelsituation. Vielleicht hat die Substanz auch eine eigene Rauschwirkung und man hat eine kurzfristige Euphorisierung oder eine Schmerzfreiheit oder irgendwie ein Wohlbefinden. Und meistens passiert ja auch nichts gleichwohl, ist es nicht risikofrei. Und an dem Punkt sehen natürlich die, die es machen und das sind wahrscheinlich nicht ganz so wenige, die sehen natürlich meistens, wie es gut geht. Aber man kann da von dem Zeugs ohnmächtig werden, weil das ja, wenn das Gas schnell aus der Kartusche ausströmt, kann man sich die Finger, also Erfrierungsbrand zuziehen. Und weil das Schmerzempfinden reduziert, merkt man auch nicht, wenn man sich wehtut. Und wenn man es dann direkt einatmet aus der Kartusche, dann kann die Lunge einen massiven Schaden nehmen. Also es gibt Todesfälle, es ist nicht ungefährlich. Und natürlich ist das eine Knepe, wie viele andere Knepe, also ein Quatsch, wie viele andere Quatschsachen gemacht werden. Ärgerlicherweise ist das so frei verfügbar in solchen großen Mengen. Natürlich. Ich habe das gegoogelt natürlich und habe dann rausgefunden, also ich habe gelesen, also so ein Rausch ist billig, 50 Cent. Ja, in Supermärkten und Drogeriemärkten kriegt man es. Und zwar in riesen Kartuschen, also wo sie dann mehrere hundert Räusche von haben und das ist natürlich Unfug. Und muss nicht sein. Und nur weil was erlaubt ist, heißt es ja nicht, dass man es dann auch machen soll. Nee, nee, klar. Also auch da müsste man im Grunde ins Gespräch gehen jetzt idealerweise und wieder sagen, okay, pass mal auf. Ja. Wenn dir das begegnet, das ist auch gefährlich und das und das kann passieren. Richtig, aber auch da, ich würde mal nicht die Vernunft eines Kindes unterschätzen. Also auch da vielleicht ein bisschen mehr Gelassenheit, weil Kinder wissen vielleicht noch besser als sie, als Erwachsene, was einem gut tut und was nicht. Ein Kind hat ein viel feineres Gespür für Geschmäcker, für Empfindungen und da soll sich doch jeder Mensch darauf verlassen. Man merkt doch, was einem gut tut. Ja, aber der Gruppendruck, Herr Dr. Strahl. Ja, natürlich, der Gruppendruck, der Gruppendruck. Ja, aber ein Großteil der Bevölkerung, auch ein Großteil der Kinder macht es eben nicht. Muss man auch mal so sehen. Also Lachgas mag vielleicht jetzt nach Cannabis die zweithäufigste Droge sein bei so jungen Leuten, so 10%. Aber auch da muss man sagen, der Trend ist rückläufig. Es sind weniger die Kiffen. Im Lachgas kann jetzt vielleicht gerade eine Modeerscheinung sein, weil es so verfügbar ist. Aber wenn man das jetzt reguliert den Markt, dann wird es auch wieder weniger sein. Und es gab es ja schon immer das Zeugs und es hat noch nie eine ganze Generation so aus der Bahn geworfen. Wenn man das ein bisschen mehr reguliert, gehe ich davon aus, dass es wieder rückläufig ist. Und ich meine, es gibt ja keinen Grund, warum ich mir da irgendwie so ein Gas vor die Nase halte und das inhaliere. Also ich würde das jetzt nicht machen. Und das ist aber auch mit anderen Sachen so. Ich sehe jetzt auch nicht ein, warum ich eine Zigarette rauchen soll. Seitdem bin ich jetzt gerade betrunken. Vielleicht noch. Aber nüchtern komme ich nicht auf den, warum soll ich mich übers Lagerfeuer hängen und den Rauch einatmen. Ich hänge mich auch nicht hinter einen Auspuff und hole tief Luft beim Auto. Also es gibt ja so ein paar Sachen, die sind einfach erstmal vernünftig, nicht nachvollziehbar. Erst über die erlebte Intoxikation, wo man die Vergiftung als positiv wahrnimmt, macht man den Quatsch ja wieder. Und an dem Punkt vielleicht, Einstiegsdroge, in dem Moment, wo sie eine Vergiftung als angenehm wahrnehmen, sind sie vielleicht auch eher bereit, das mit anderen Stoffen auch auszuprobieren. Und dann gibt es auch viele Menschen, die das machen, aber nicht jeder wird abhängig. Was es dann ausmacht, dass der eine krank dran wird, der andere aber so einen hedonistischen Konsum hat. Da forschen die Wissenschaftler. Also das letztendliche Ergebnis hat man da noch nicht gefunden. Da hat jeder Mensch unterschiedliche Risikobereitschaften. Idealerweise ist es so, dass es ihnen keinen Spaß macht, ihnen nicht gut tut. Dann haben sie auch kein Risiko davon, krank zu werden. Leider sind wir Menschen meistens alle ein bisschen anders, dass wir die Intoxikation vielleicht auch positiv besetzen. Und dann gibt es immer wieder welche, die übertreiben es dann. Und die werden dann auch richtig krank. Und die kommen dann ja zu Ihnen. Vielleicht können wir jetzt zum Abschluss nochmal darauf zu sprechen kommen. Sie sagten ja, Lachgas ist kein Thema für Sie in der Klinik. Aber wer kommt zu Ihnen? Was sind das für Patienten? Mit was für einer Historie? Ja, also wir behandeln ja in Hamburg, in Ochsenzoll, in der Klinik für Abhängigkeitserkrankungen, Patienten mit allen Abhängigkeiten, die stoffgebunden sind. Auch die nicht stoffgebundenen, aber hauptsächlich die stoffgebundenen. Und die häufigsten Drogen, die zur stationären Aufnahme führen, sind natürlich Alkohol. Also zu viel Alkohol über einen zu langen Zeitraum macht krank. Und wer Alkohol trinkt und weitere Drogenerfahrungen hat, der raucht dann Cannabis. Er hat im Rahmen des Cannabiskonsums vielleicht eine Psychose entwickelt, dann kommt er zu uns. Oder es gibt andere Rauschtrogen. Crack, also Kokain, das man rauchen kann oder Kokain, das man schnupfen kann. Ist das noch in Hamburg sehr verbreitet? Sehr verbreitet. Also das nimmt zu. Also da gibt es ganz viel. Kokain zum Schnupfen. Kokain ist sehr verbreitet. Heroin gibt es dann auch. Crystal Meth? Crystal Meth gibt es auch. Das finden Sie aber mehr in Sachsen. Ja, ja, genau. Vielleicht Amphetamine gibt es dann schon, also Substanzen, die den Körper so beschleunigen oder einen wacher sein lassen. Also Leute ab einem gewissen Punkt nehmen alle möglichen Substanzen zeitgleich ein. Das eine, um wach zu werden, das andere, um zu schlafen. Also der Tag-Nach-Rhythmus wird durcheinander geschüttelt, gehörig, manchmal mit dem Wohlbefinden, aber häufig aus dem Zwang heraus oder aus Entzugserscheinungen heraus. Ab einem gewissen Punkt geht es nicht mehr um das gute Gefühl, sondern um das schlechte zu vermeiden. Und das ist dann, was man Abhängigkeit nennt. Und da versuchen wir mit unseren begrenzten Bordmitteln den Menschen zu helfen. Häufig sind auch andere seelische Erkrankungen damit verbunden. Also wenn man depressiv vom Grundwesen ist oder eine Gewalterfahrung hat oder von seinem Wesen eher so Hyperkinetik, so ein Zappelfilip ist, ein ADHS hat, dann ist man vielleicht auch ein bisschen neugieriger und risikobereiter oder hat weniger Schlafdruck, findet abends nicht ins Bett. Und die, die morgens, die Lärchen, die morgens immer gut rauskommen aus dem Bett, die haben auch nicht so ein Problem oder das Risiko, suchtabhängig zu werden oder eine seelische Erkrankung zu entwickeln. Aber die Eulen, die abends das Flackern mögen und das Lebendige, die haben auch eher das Risiko, dass sie bestimmte seelische Erkrankungen entwickeln oder aber abends knallen mehr die Kronkorken und die sechs Klaschen als morgens um sechs Uhr. Und wenn die dann zu Ihnen kommen, die Patienten, kommen die aus eigenem Antrieb oder ist es dann oft ein familiäres Umfeld, das sagt, okay, es geht nicht mehr oder Hausärzte sagen? Das ist eine Mischung. Das ist eine Mischung. Also bei uns kommen die Patienten manchmal über die zentrale Notaufnahme, über den Rettungswagen oder sie kommen alleine oder sie kommen mit durch die Familie gebracht. Also es gibt ein großes Potpourri von Möglichkeiten und wir schauen uns, wir reden mit jedem und gucken dann, ist das schon ein Krankheitswert, kann man ein beruhigendes Gespräch führen oder kann man sagen, okay, Sie brauchen jetzt eine ambulante Such- und Drogenberatungsstelle oder Sie brauchen unsere Psychiatrische Institutsambulanz oder unsere Tagesklinik. Also Sie haben ja ein vielfältiges Angebot. Das ist richtig. Und dann können wir eben auch stationär zehn oder zwanzig Tage den Patienten mal aufnehmen, vielleicht auch ein bisschen länger oder ein bisschen kürzer und einen ersten Check-up machen. Also gibt es körperliche Erkrankungen, war man jetzt in der Weile nicht beim Zahnarzt, weil man sich da vielleicht mehr um seinen Crack-Konsum gekümmert hat oder um andere Drogen, dann gucken wir, haben wir einen sehr guten Zahnarzt oder bedarf es vielleicht mal eine Blutdruck-Einstellung oder es gibt ja viele körperliche Erkrankungen, die man nicht mehr berücksichtigt, weil man so mit dem Alkohol- und Drogenkonsum beschäftigt ist. Das heißt, wir machen so eine Rundumpackung, dass wir schauen, wo muss geholfen werden. Und natürlich ist der erste Schritt immer der, dass man versucht, die Substanz aus dem Körper und auch perspektivisch aus dem Leben rauszukriegen. Das ist immer das Ziel im ersten Schritt. Und im Verlauf gucken wir dann, ob es andere Wege gibt, die notwendig sind, wenn man das mit der Abstinenz nicht schafft. Und wie lange dauert das, um das aus dem Körper rauszukriegen und aus dem Kopf vor allem? Ja, also das Körperliche geht erstaunlich schnell, aber sozusagen das Erlernte zu verlernen oder zu überschreiben oder mal ein gewohntes Muster zu lassen, das kriegen sie immer nur dann hin, wenn sie ganz fokussiert und aufmerksam sind. Und sie merken es ja schon selber, wenn sie mal eine Nacht nicht gut geschlafen haben, dass plötzlich das Snickers doch wieder näher ist als das Salatblatt. Das geht immer besser, wenn man erholt ist. Und je mehr ich selber Stress habe, desto ungesünder oder dysfunktionaler verhalte ich mich selber. Und sowas gilt es zu lernen und zu üben. Und für Sie als Suchtmediziner, was ist das größte Erfolgserlebnis, wenn Sie jemanden tatsächlich von dieser Sucht geheilt haben, in Anführungsstrichen, und der dann nochmal wiederkommt und sagt, ich bin jetzt ein ganz anderer Mensch, weil ich nicht mehr konsumiere? Also ich mache die Arbeit deswegen gerne, weil ich nicht so Idealvorstellungen habe. Natürlich bin ich auch Idealist, aber ich mag auch die kleinen Schritte. Ich finde es super, wenn schon mal jemand kommt, das ist schon mal eine Leistung. Ich finde es super, wenn jemand wiederkommt, wenn er sagt, okay, ich habe jetzt kürzer konsumiert, ich komme deswegen jetzt schon wieder. Also diese Schadensminimierung finde ich persönlich, da können wir uns in Deutschland ruhig ein bisschen mehr darum kümmern. Wir sind super in der Prävention, da sind wir super, können wir besser werden, aber da sind wir super. Wir sind super in der Restriktion, Polizei macht eine gute Arbeit und das kann man auch noch besser machen, also die Restriktionen sind wir gut, also wir haben jetzt das bayerische Gesetz, die Bußgeldkatalog aus Bayern bekommen, was Cannabis-Konsum anbelangt, das ist gut, das kriegen wir gut hin, aber wir können auch nochmal gucken, ob wir nicht so diesen Harm-Reduction-Ansatz ein bisschen verbessern. Also im Sinne von, wie helfen wir denn denen, die da weder auf Prävention reagieren, noch auf Verbot reagieren. Da gibt es ja auch noch was dazwischen. Und da kann man auch ein bisschen von den Nachbarländern lernen, da sind einige, finde ich jetzt ein bisschen kreativer als wir hier in Deutschland und Hamburg, da gibt es Optimierungs- oder Verbesserungsmöglichkeiten. Und deswegen finde ich es gut, wenn die Leute, egal in welchem Punkt sie sich befinden in ihrer Erkrankung, mehr Autonomie und Selbstständigkeit wagen und hinkriegen. Und wir helfen da gerne bei. Also wir helfen den Radius zu erweitern, sei es darüber, dass wir die richtigen Medikamente finden, dass sie weniger Suchtdruck haben oder weniger konsumieren müssen. Oder sei es, dass wir gute Psychotherapie oder psychiatrische Behandlung anbieten, dass das Leben auch ohne Substanzen wieder mehr Spaß macht. Also da bin ich froh. Und natürlich ist ein glückliches Leben immer ein schönes Ziel, aber wie bei vielen chronischen Erkrankungen, da muss man natürlich die Abhängigkeitserkrankung irgendwann auch dazu zählen, reicht es ja auch, dass man den Weg findet, wie man sich nicht weiter schädigt oder mit den noch vorhandenen Ressourcen so verlegentlich umgeht, dass das Leben auch wieder Spaß macht. Und dass auch die kleinen Schritte schon ein Erfolg sind. Und dass man vielleicht ein bisschen milder auch ist mit den Betroffenen und auch vielleicht im Zweifel mit sich selbst und mit den eigenen Kindern. Das ist richtig. Das ist ein schönes Schlusswort. Und auch, dass man sagt, ein glückliches Leben ist ein schönes Ziel, aber es kommt auch manchmal was dazwischen. Und dann sind Sie da. Vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren und so wunderbar aufgeklärt haben über diese Cannabis und was sonst so los ist in dieser Stadt. Vielen Dank und danke Ihnen fürs Zuhören.